Wir stellen fest, dass erstens kein Initiativ vom Gesundheitsminister richtig kennt, dass er in Dägi verschläft und auch in der Panik reagiert mit schlechten, mit bekleierten, mit nicht diskutierten Texten. Zweitens, der Dialog am Gesundheitssystem, ob das um den Gesundheitsdienst ist, ob das mit der MMD, also ob das mit der Gewerkschaft nass, funktioniert nicht. Drittens, wir stellen fest, dass ministisch der Kurs von der zentral gesteuerten sozialistischen Gesundheitspolitik stürt weiterfeiert, auch von Opposition, notamment vom Conseil des Etats. Zweitens, wir stellen fest, dass das große Problem von der Achse zur Medizin nicht an den Griff geholt wird, als in den letzten Jahren. Fünftens, wir stellen fest, dass wichtige Entwicklungen an der Medizin verpasst werden, wie den ambulanten, wie Telemedizin, wie die Hospitalisierung am Domicil. Wir stellen fest, dass wir heute eine andere Gesundheitspolitik brauchen.